Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss viel um die Ohren im Sommer und ja, ich bin aber jetzt hier zurück und ich habe hier ein ganz krasses Special und richtig geiles Video für euch. Leute, und zwar probieren wir hier ein Essiggürkchen, alle. Und ja, ich probiere hier den Garlic Joe, alle. Und ja, ich bin hier nicht alleine. Hier ist auch mein lieber Freund, Kollege, langjähriger Wegbegleiter der Liebe. Das schmeckt, alle. Das schmeckt, sag mal, hallo hier zur Community. Ja, hallo, moin, moin, Freunde. Ja, und das schmeckt, wenn ihr hier probiert, die Hot Mama, alle, die riesig, fette und scharfe, alle, Essiggurke. Aber das seht ihr auf seinem Kanal, alle, die klatsche ich dir hier schon auf dem Ei. Und dann, ja, ich probiere hier den Garlic Joe, alle. Ja, das, Gott, ich habe so verfickt Angst, wirklich. Alle, kannst du hier mal kurz die Kamera halten? Ja, natürlich. Und dann schnibbel ich hier das noch. Alter, das sieht ja gar nicht köstlich schmecklich aus. Ey, das sieht aus, als wenn ich da neben meinem Bett abends in den Eimer pisse, Alter. Ey, ich weiß nicht, ob wir das können, Mann. Junge, das stinkt, das stinkt so richtig, Alter. Alter, 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 alter. Dieser Geruch, das ist bestialisch. Und diese Flüssigkeit. Es sieht aus wie Pisse direkt aus dem Tschernobyl-Klo, Alter. Alter, Leute, ich schwöre es euch, bei meiner Obi im Garten, da war mal ein toter Igel so ein paar Wochen im Sommer, der verwest ist. Dann ist der gleiche Geruch, ich schwöre es euch, Freunde. Hey, nee. Ich schneide hier mal ein Stückchen runter. Ja, der ist auch pissgelb in der Drinne, ne? Ja, wie das aussieht. Mir kommt es schon hoch. Na, geh hoch, Alter. Komm mal. Das ist das Boden, Junge. Egal, ich probiere es mal. Lecker. Das ist so salzig. Boah, ich halte es nett aus. Sieht ja köstig schmecklich auf. Da kriegt man direkt Bock auf mehr, ne? Ach, Alter. Das schmeckt einfach nach so einer alten, alten Zähne von der Omi. Mir brennt es in die Augen. Ich, ich sterbe hier fast. Komm, wir nehmen mal hier einen Schlupf. Das ist so erbärmlich. Alter, ich gucke nur zu, ne? Ich weiß, ich muss das Ding noch essen, aber Junge, mich reißt so nieder. Alter, ist das eklig. Ich kann nicht mehr. Ja, das ist das Ding gehabt. Ich hab das nicht. Jo, der, der schmeckt, der ist schon richtig hier am Ende. Der ist ja schon fast am Kassen, Aldi. Und ich muss ehrlich zugeben, ich kann auch nicht mehr. Ich muss hier auf. Ich muss hier abbrechen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Euer Graf Nicolet.